Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial von Doctor Who 2307. Ich zeige euch heute den Pistentransporter, der so aussieht. Ich habe das natürlich jetzt etwas verschnörgelt, wie man es möchte. Auf jeden Fall, man kann damit alles transportieren. Man kann damit Personen transportieren, man kann dort mit Items transportieren und Blöcke verschieben. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich platziere hier einfach mal den Block. So, und der kommt dann gleich hier raus. Und zack, wie man sieht, hier ist der Block angekommen. Kann man abbauen. Ja, dasselbe geht natürlich mit Items. Ich platziere den Cobblestone jetzt mal da rein. Stehe schnell hier drauf. Und das Item kommt hier an. Yay. Ähm, das, also jetzt mal mit Personen. Ich werde jetzt gleich da drin stecken bleiben, weil hinten, obwohl doch, ich kann die Öffnung schnell aufmachen. Zack. So, jetzt werde ich da durchgeschoben. So, den Knöpchen drücken. Wie man sieht, ich komme hier hinten an. Ist perfekt. Ja, wir wollen das jetzt mal bauen. Ähm, ich suche nur gerade eine schön freie Fläche. Ah, da hinten sieht doch toll aus. Oder hier auch. Hier dürfte auch reichen. Ja, das erste, was ihr machen müsst, ist natürlich die Pistons zu setzen. Ihr setzt, ich nehme jetzt mal keinen Sticky Piston, den habe ich nur vom letzten Tutorial drin. Ähm, hier einen Piston hin. Ähm, so, dann müsst ihr rechnen. Der fährt einen Block aus, das heißt, der hier wird auch weg sein. Das heißt, ihr setzt hier einen hin. Dann wieder hier. 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 Das war's dann soweit auch mit den Pisten. Jetzt kommt was wirklich Wichtiges. Ähm, also ihr solltet die möglichst gleiche Anzahl von Pistons haben. Ähm, naja, egal. Jetzt kommt das Wichtige. Ich nehme jetzt mal einen Knöpfchen. Den mache ich hier vorne hin, da wo es rauskommen soll. So. Ähm, das ist wirklich wichtig. Und zwar mit den Repeatern. Ihr müsst immer eine ungerade Zahl benutzen. Das heißt, ihr könnt benutzen. Eins, drei, fünf, sieben, neun, dreizehn, äh, elf, dreizehn und so weiter. Nur, ihr müsst pro Pisten immer zwei Ticks Platz lassen. Sonst, ähm, bleibt da irgendwas stecken und das funktioniert nicht. Das habe ich selbst ausprobiert. Ihr könnt es mir glauben. Also von dem Pisten ein Tick. Also einfach einen Repeater vorsetzen und so lassen. Das ist ein Tick. Der da braucht schon drei. Eins, zwei, drei. Ihr müsst immer so zählen. Also der Platzierung ist ein Tick. Eins, zwei, drei. Der nächste braucht fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der nächste braucht sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Der nächste braucht neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Der nächste elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und ihr merkt schon, die Reihe bleibt immer gleich. Also es sind die Reihe hier. Das wird dann irgendwann viereckig aussehen etwas. So, dann brauchen wir hier drei zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Wie man sieht, die Reihe bleibt immer bestehen. Es wird immer ein Repeater mehr pro Pisten. So, das heißt, hier braucht es wieder, na, wie viel? Genau, 15. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Wieder eine Reihe. 17 braucht es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn... D personeller braucht neunzehn. Das ist der letzte Pisten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzen, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 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 fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Stimmt das jetzt überhaupt? Ich glaube nicht. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, jetzt. Und als kleiner Hinweis. Der letzte Pisten sollte vielleicht 3-Ticks-Verzögerung haben. Da es schon öfters passiert ist, dass dann einfach nach einer gewissen Zeit, oder hier, warum auch immer, dann das Item stecken geblieben ist. Aber naja. So, jetzt verbinden wir das hier noch schnell mit dem... Ah, nein, wir müssen ja erstmal die ganzen Reihen hier verbinden. Das hier natürlich auch. So sieht es dann von oben aus. Etwas wie ein Quadrat. Aber so soll es ja auch aussehen. So, wir machen hier noch schnell damit etwas... Naja, keine Ahnung. Es stört mich etwas, dass da Sand ist. So, das kann man hier noch hinmachen. Dann kann man das Item nachher hier abholen. So. Und hier kann man es dann reinmachen. Also hier muss man es dann reinmachen. Jetzt verbinden wir das hier noch schnell damit. So, machen wir hier natürlich noch einen Repeater hin, damit das auch... Ähm, das kann man jetzt natürlich noch unterirdisch verlegen. Ich mache es jetzt einfach hier oben drüber. Ist mir egal. Und dann platzieren wir hier mal ein Item. Zack. Redstone. Das Redstone müsste jetzt hier ankommen. Und wir drücken. Aha, okay. Das Signal reicht nicht bis hier hin. Bis hier hin. Äh, das heißt, ich muss... Äh, was müsste ich denn... Ach, wisst ihr was? Ich mache einfach hier einen Repeater rein. Mal schauen, ob es dann immer noch funktioniert. Naja, nicht wirklich. Äh, ja. Auf jeden Fall, ihr wisst, wie es funktioniert. Ähm. Ja. Dann machen wir einfach den letzten hier weg. So, dann funktioniert es hundertprozentig. Dann machen wir die Ausgabestelle halt hier hin. So, hier wird der Redstone dann dahin geliefert. Beziehungsweise das Stone. So, er liegt noch da. Gut. Er drückt drauf. Und wie man sieht, passiert nichts. Ja, ich habe es auch falsch hingemacht. Hier müsste er hin. So, da. Das kann man übrigens auch prima für diesen Aufzug benutzen. Denn falls man oben ankommt und sich nicht bewegen möchte, kann man ja einfach irgendwo hin transportiert werden. Nicht wahr? Ja, das kann man dann, ja, eben mal probieren. Und zack, wie man sieht, das Item kommt hier hin. Wir platzieren den Block. Der Block wird hier hin transportiert. Perfekt. Wirklich perfekt. Jetzt probieren wir das natürlich auch mal mit Menschen. Beziehungsweise mit einer Person. Und der Knapp kommt hier hin. Gedrückt. Und perfekt. Man wird transportiert. Das kann man jetzt natürlich auch noch zwei hoch machen. Aber dann müsste man den, die Repeater auch einen hoch setzen. Ähm, ja. Ja, das war dann mein kleines Tutorial. Ah ja, nein, wartet mal. Was ich noch sagen wollte. Man kann das übrigens auch für Handeln im Server benutzen. Falls, oh Entschuldigung, falls das denn funktioniert mit dem Timing des Pistons. Ähm, ja. Aber es gibt da auch noch bessere Möglichkeiten, um zu handeln. Da könnte ich vielleicht auch noch ein Tutorial drüber machen. Ich habe da nämlich mal eine Idee gehabt, wie das gehen könnte. Mit Wasser und Pistons und allem Möglichen. Naja. Dann habe ich da auch mal. Egal. Auf jeden Fall. Das war mein kleines Tutorial über den Pisten, äh, Beförderer. Beziehungsweise Pistentransporter. Äh, ich danke euch fürs Zuschauen. Abonnieren bitte nicht vergessen. Und, äh, ja. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video von Doctor Who 2307. Tschöööö.